Einige Studien haben sich damit beschäftigt, ob der gezüchtete Knorpel auch die gleichen histologischen und auch biomechanischen Eigenschaften hat wie normales, gesundes Knorpelgewebe. Sicherlich ist es etwas verändert, wenn man Knorpelzellen anzüchtet und dann nach der Beschaffenheit dieses angezüchteten Knorpel fragt. Allerdings kann man in diesen Studien festhalten, dass der gezüchtete Knorpel nahe, wenn nicht sogar sehr nahe, an den bestehenden gesunden Knorpel in seinen histologischen, aber auch biomechanischen Eigenschaften heranreicht.